alles gut geht es gut alles gut so unser letztes unsere letzte kleine reise für heute abend ich wollte zwar eigentlich schon schluss machen aber ich muss da noch mal zu diesem großen gerade jetzt über 900 meter zerstörungsfreie tauchtiefe haben denke ich könnte das von vorteil sein ja 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 so haben wir auch länger nicht da muss ich mich mal vernünftig hinsetzen mich fest schnallen naja sonst springe ich hier gleich vom vom stuhl irgendwie wenn ich mich erschrecke und wenn wieder der große fisch kommt das wird dann lustig naja und dann wird es hier wohl auch so ähnlich sein wie bei subnautica dass man in diverse tiefen halten nur noch mit dem braunanzug kommt denke ich ja den werde ich bestimmt auch irgendwann irgendwo finden wenn ich dann mal wieder so einigermaßen story technisch dem ganzen ding folge und nicht so wie jetzt einfach wild drauflos erkunde aber ich liebe das einfach das kann ich nichts gegen machen und ein spiel ist bei mir dann auch nur so gut wie ich es erkunden darf wenn es da zu wenig zu erkunden gibt dann ist das kacke ja leider so wir können uns einen schub geben das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert ich denke mal das ist die taste 2 was ist eigentlich mit der 3 kann ich gar nicht aktivieren hier kann ich auch nicht aktivieren der ist da hinten schwer auszumachen wo wir hier hin könnten ich hoffe das war keins seiner kinder bleiben wir mal hinter ihm da hinten links sehe ich sowas wie eine wühle oder sowas wie ein unterschlupf quasi oh oh fuck 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 iiiiih er schleimt mich voll das ging aber noch 50 prozent da hätte ich jetzt eigentlich mit schlimmeren sagen gerechnet da wollte ich hin shit ich habe gerade extra boost gedrückt ich habe gerade extra boost gedrückt und nochmal da wollen wir uns jetzt nicht direkt erwischen das wäre übel hier ja zumindest auf dem hinweg sind wir an ihm vorbei oder an einem von denen sagen wir es mal so alter was ist denn da drüben ah hier gibt es sogar tatsächlich batterie pflanzen lithium quarts krasse fische ein bisschen bammel und das ist doch die impulskanone und da unten liegt auch was da unten ist eine laus das hier ist doch eine komplette impulskanone krebs schubkanonen haben kein getränk dabei entschuldigt aber ich lasse das licht im moment mal so ein bisschen dunkel aha an einem von denen sind wir vorbei ja freude pf neuerart blasenfisch fisch Okay. Was war ich denn? Die bitte raus. Jetzt habe ich die reingesetzt. Heilige Scheibenkleister. Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Ist doch wohl der Oberhammer. Entschuldigung. Kann ich noch so ein Fragment? Der Brown-Anzug täte mich interessieren. Ich brauche die Leitze. Ich brauche das Governor. Kann ich dir nicht jedes Mal nehmen? Na, was ich traurig? Ich brauche die Leitze. Sobre die Leitze ist so ein Fragment. Jetzt steh ich nichts. Ja gut, da haben wir jetzt nur Titan bekommen. Ja gut, da haben wir jetzt nicht mehr. Ich denke immer, diese Läuse werden PDA oder so. Äh, da. Ja, und ich habe kein Fritzl-Fratzl mehr Platzl, ne? Mhm. Ja gut, wir können ja ein bisschen was wegfrenseln. Brauchen wir eh. Aber dann können wir auch direkt Psch-Psch machen, so. Äh, den können wir direkt umarbeiten. Was haben wir denn hier? Kreaturen-Ei. Die beiden tun wir mal raus. Was ist das für eine Gegend hier? Was ist das für eine Gegend hier? Was ist das mit den Steinläusen? Ich hab echt Banne. Überall Prawn-Armour. Krebsanzugs- Werkzeuge. Oh, wirklich überall. Entschuldigung. Okay, das ist an so einem riesenrund... Oh, der Arme. Riesenrundlauf hier. Versuchen wir hier mal wegzukommen. Dann mach ich tun nach Hause. Und dann alles mal gut beim Schlafen sacken lassen. Aber jetzt am besten erst mal... Alles... Alles... ...nach Hause bringen. Nichts verlieren. Das wär schon cool. Dann haben wir das! Hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm. Heiliges Blechner! Kein!" Da! Ich schaue aber jetzt gleich mal, eventuell können wir noch eine Station abparken, mit der ich auch noch mal vorbeischauen wollte. Super cool, und stehen unglaubliche Tiefen offen. Die Frage, komme ich überhaupt durch? Ja, das hier war das andere Wrack, okay. Hier komme ich nur runter, ne? Ne, ne, dann muss ich erstmal hier aus der Schlucht raus. Denn ich weiß nicht, ob ich da jemals wieder war. Ah, so, das ist dann so ein Bus. Ist echt ruhig irgendwie, ne? Freundliche Nachbarschaft. Platz für den Schrebergarten. Ähm, hier war ich noch nicht. Sonst gäbe es hier keine geschlossenen Boxen. Dieser Aushilfsgutze Lars hier. Ja. PDA. Kontrollraum. Okay. Äh, Kontrollraum? Fragezeichen. Nichts drin. Und, oh, das war unfair. Das mag ich nicht. Okay. Das mag ich nicht. 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 Uiuiui, Freunde, Freunde, Freunde. Wir befinden uns auf den letzten Metern. Das ist doch cool. Hier war nämlich auch noch so ein Alien-Ding. Und wir haben ja auch witzigerweise violette Vignette. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, wie ich da am besten hingekommen bin. Aber ich glaube, von oben wieder irgendwie rein. So wie hier fast überall. Ungefähr so. War das Ding da schon immer dran? Tut sich hier irgendwas? Wulia. 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 Aber wir haben ja gar nicht mehr so weit. Cool. Ich muss auch sagen, ich bin ganz schön geschafft und völlig überladen von den neuen Möglichkeiten. Ich bin gespannt, wo wir den Prawnanzug herbekommen. Bin mir auch noch nicht ganz sicher. Hilfe! Wie das hier weitergeht in der Story und wann die weiter getriggert wird. Aber ich denke, mit dem L, da muss ich einfach mal ein bisschen Salzsäure herstellen, diesen ganzen Klumpatsch herstellen. Und ach guck mal, wir sind ja echt schon zu Hause. Und dann werden wir mal sehen, ob der da drin umzieht oder was damit ist. Aber das machen wir alles heute Abend nicht mehr, Freunde. Ich werde auch gar nicht noch großartig ausladen. Ich bin froh, wenn ich jetzt gleich Feierabend machen kann. Ich weiß gar nicht, ist noch irgendwer am Streamen irgendwie gerade unterwegs? Ich sehe gerade nichts. Die Danu ist anscheinend schon am Pennen. Der Ochri ist anscheinend auch schon nicht mehr da. Ich meine, wir haben ja auch schon wieder zwölf Uhr und von daher... Kindes, Feierabend. Wir haben echt eine Menge erreicht. Wir haben eine Menge bekommen. Wir können tief, 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 tief tauchen. Und ja, das eröffnet uns jetzt alle Wege. Ups. Naja, fast alle Wege. Gut, mit dieser Rückaussicht würde ich sagen, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Nabeisein. Vielen lieben Dank fürs Durchhalten. Ähm, ja. Und was soll ich sagen? Schlaft gut, träumt süß, passt auf euch auf, passt auf eure Leben auf. Gehabt euch wohl. Ich bin raus. Ich gehe jetzt pennen und ihr hoffentlich auch. Bis dann, euer John. Und tschüss. Bis dann, euer John.